Guten Morgen, meine Lieben. Hello, hello. Wunderschönen guten Tag. Hier ist eure Yonanda. Jawohl. Und hier bin ich mit der aktuellen Tagesenergie. Ich hoffe, dass sich die rechtzeitig hochlegt, weil wir haben ja Ferien und ich bin mal ein halbes Stündchen länger liegen geblieben. Und deswegen kann es sein, dass die Tagesenergien sich jetzt in den nächsten Wochen vielleicht so einen Tick weiter nach hinten schieben. Und ich denke aber, das ist in Ordnung, weil ja die Kartenlegung selbst sowieso 24 Stunden läuft und dein Tag beginnt in dem Moment, wo du die Legung siehst. Das kann also auch abends sein. Die kann rein theoretisch für dich ja immer für den nächsten Tag gelten. Es ist eine zeitlose Energie und ja, schau einfach, ob du in Resonanz gehen kannst. Es ist schön, dass ihr alle wieder da seid, hier seid und mit uns seid. Und ich freue mich auf diese neue Woche, die da vor uns liegt. Und wir beginnen jetzt erst mal mit den Engeln und Ahnen. So. Eine neue Woche beginnt. Ihr da oben. Welche Energie der Engel und Ahnen ist für uns denn heute wichtig? Da haben wir so, wie schön die sich hier serviert hat. Guckt euch das an. Akkurat. Magic-Hüter. Die hatten wir auch schon öfters. Öffne das Schloss zu deiner inneren Magic. Zu deiner inneren Magie. Mach die Tür in dir auf. Das ist auch wieder so ein Hinweis, dass das Universum, also das, was wir als das Riesengroße nach außen empfinden, der ganze Kosmos, der ist in dir. Es geht unendlich tief in dich hinein, genauso wie es unendlich weit ins Außen geht. Es ist immer ein Spiegel. Innen wie außen, außen wie innen, oben wie unten, unten wie oben. Es ist immer ein Spiegel. Und der Magic-Hüter, der lädt dich im Endeffekt ein in deine eigene Tiefe. Mach die Tür auf. Tauch in dich selbst ein. Vertief dich in dich. Was liegt denn in der Tiefe? In der Tiefe liegen die größten Schätze. Da liegt deine alte, uralte Weisheit. Die Perle liegt immer am Grund des Sees. Also wer den Schatz bergen will, der muss in die Tiefe gehen. Das finde ich total toll. Also in dir drin liegt ein Wissen. Und wenn ich so altes Wissen, wenn ich da so dran denke und was so in dir drin liegt, da kommt bei mir auch immer, immer, immer so eine Atlantis-Energie mit rein. Lemurien, Atlantis. Und da darfst du reingehen. Die Weisheit liegt in dir. Und du hast viel mehr auf der Kiste, wie dir manchmal hier im 3D-Bewusstsein klar ist. Sagen wir es mal so. Und jetzt schauen wir mal, welche Tarotkarten da mit eine Rolle spielen, mit dem Mucha-Tarot. So, schauen wir mal. Also, in die Tiefe gehen, in die eigene Tiefe gehen. Was gibt es denn da zu erkennen? Worum geht es? Ich mische die noch mal durch. Ich habe das Gefühl, ich muss die noch mal. So, schauen wir mal. Aha, also, wir haben die Sechs der Schwerter. Das ist ja schon mal die Bewegung in eine neue Richtung, an ein neues Ufer. Könnte bedeuten, dass du dich derzeit in einem Prozess befindest. Und die Antwort auf viele deiner Fragen, die liegt in dir. Und es geht hier um Vertrauen. Es geht nämlich darum, dass du vertrauensvoll dich hier fahren lässt, über eine ruhige See hin zu einem neuen Ufer. Du weißt vielleicht noch nicht, was dich dort erwartet. Vielleicht weißt du es aber auch doch, wenn du dich in dich vertiefst. Du weißt vielleicht heute, oder es kann sein, dass dir heute die Erkenntnis kommt, dass eine Entscheidung, die du getroffen hast, genau die richtige ist. Es kann sein, dass es dir vielleicht schwerfällt, hier aufzubrechen. Und die Karte Sechs der Schwerter, die fordert dich aber auch auf, nach vorne zu schauen und dich tragen zu lassen. Das Wasser trägt dich. Deine Gefühle tragen dich. Und wir haben auch hier mit den geerdeten, oder sagen wir es mal so, mit den gewässerten Schwertern die Vereinigung von Verstand und Gefühl. Es ist gut, wenn du dich heute loslöst und auf das vertraust, was kommt und was vor dir liegt und wenn du dich nicht umdrehst. Das fühlt sich so ein bisschen an wie so ein kleiner Abschied, wenn man sich dann von jemandem löst und man geht dann weg und dreht sich nicht nochmal um. Das ist aber jetzt nicht die letzte Karte. Wie geht es weiter? Aha. Also da haben wir hier den Hinweis, es geht erst langsam und dann, wenn du diesen Schritt wagst, dass du sagst, ich lasse jetzt hier eine Situation los, dann geht es schnell vorwärts. Und es bringt dich weiter. Mit dem Wagen bringt es dich weiter. Weil der Kern vom Wagen ist ja immer, dass dieses Gefährt sich durch Gedankenkraft bewegt. Der Fahrer des Wagens hat keine Zügel. Und in diesem Fall muss er sich noch ganz klar ausrichten. Was will ich? Was ist das Beste für mich? Welche Wahrheit vielleicht habe ich denn in mir gefunden? Was weiß ich denn? Tief in meinem Innersten. Was weiß ich denn da? Und sobald er weiß, wo er hin will, werden die beiden Damen hier, sehr erotische, weibliche Energie, also es sind ja meistens als Sphinx dargestellt, dann werden die sich in Bewegung setzen. Und zwar ohne, dass der die antreibt oder die Zügel in die Hand nimmt, sondern einfach nur durch sein, ich weiß jetzt, was ich will. Der lenkt die mit Gedankenkraft. Die Energie folgt der Absicht. Und wenn du diese Entscheidung in dir treffen kannst, dass du dich einem neuen Ufer zuwendest, vertrauensvoll lässt du dich fahren, du schaust nach vorne, nicht zurück. Und vielleicht auf dieser Reise wird dir klar, wo du hin willst, was du willst. Dann geht es hier schnell. Es hängt alles mit deiner Entscheidung zusammen. Und wo geht es hin? Ach ja, hier, wunderbar. Nämlich die Königin der Münzen. Das ist vielleicht tatsächlich eine Reise zu dir selbst in deine eigene, wundervolle Herrlichkeit. Das muss man ja schon mal wirklich so sagen, weil die Königin der Münzen, die hat es geschafft. Über die reden wir ja oft. Das ist eine Reise in deinem Selbstwert. Du entscheidest dich für das Beste für dich. Du bist auch keine Option und du bist auch keine Notlösung. Wobei eine Notlösung immer die Lösung in der Not ist. Das ist schon klar. Eine Notlösung zu sein, das kann auch eine große Ehre sein. Weil du bist vielleicht ein Mensch, auf dem man sich wirklich im Notfall, im Falle des Falles stützen kann. Weil du ganz einfach die Kraft hast. Du hast es geschafft. Als Münzkönigin bist du in der Lage, dein Königreich zu bestellen. Du bist das Wasser der Erde. Du weißt, wie man den Boden bestellt. Du weißt genau, wie man eine Ernte einfährt. Und auf dich kann man sich verlassen. Dir kann man vertrauen. Du bist absolut vertrauenswürdig. Und du bist halt, naja, sagen muss man, so ein Vollweib. Im Übrigen auch, wenn du ein Mann bist. Nee, Moment. Die männliche Variante, da deute ich mal noch was. Da kommt mir gerade noch eine Energie rein. Also jetzt erst mal auf uns Frauen geschaut. Ich muss mir die Frage in den Raum werfen. Ist hier Weibesvolk anwesend? Swing or Swing or Brian ist unter uns. Auf uns Frauen geschaut. Erinnerst du dich an deinen Wert. Und du tust etwas, was du vielleicht vor kurzem noch nicht getan hättest. Du machst das Tor an dein Innerstes auf. Du erinnerst dich an deinen unglaublich hohen Wert. Und du löst dich aus einer Situation, weil du ganz einfach in diesem Moment dir selbst am nächsten bist, weil du eben deinen Wert kennst. Und das ist für dich nicht leicht. Du darfst hier auch loslassen. Du darfst dich hier vertrauensvoll fahren lassen. Auf ein neues Uwe schauen, auf das, was vor dir liegt. Das ist auch das Vertrauen in deinen Weg. Und wenn du in dir drin die Wahrheit gefunden hast und weißt, was du willst und dich vielleicht an deinen Wert erinnerst, geht es hier rasant für dich vorwärts. Dann wirst du in eine absolute Freiheit kommen. Dann geht es vorwärts in deiner Situation. So, jetzt für Männer gedeutet. Für Männer gedeutet, die vielleicht tatsächlich auf eine Frau schauen oder auf einen anderen Mann. Ihr wisst, die Geschlechterrollen verteilt ihr euch. Da geht es darum, ein Ufer zu verlassen, an dem man sich vielleicht eine gewisse Zeit oder auch lange sicher gefühlt hat. Aber nicht ohne Grund verlässt man dieses Ufer und macht sich auf den Weg auf die andere Seite. Auch hier gilt es, etwas zurückzulassen, was für dich vielleicht auch sich nach Entbehren anfühlt. Das kann auch eine Vision sein oder eine Hoffnung, die du gehabt hast oder du hast vielleicht ein Ziel gehabt, was du leider nicht erreichen konntest. Je nachdem, welche Situation es für dich ist, ein Versuch, den du gestartet hast und, und, und. Es gilt jetzt hier loszulassen und sich tragen zu lassen. Und es wird dir eine Kraft geben, die Fahrt aufnimmt, wenn du erstmal losgefahren bist und auf deiner Reise zu einer Erkenntnis kommst, was du wirklich willst. Und dann erwartet dich auf der anderen Seite, auf dem anderen Ufer, jemand, der für dich wichtig ist. Jemand, eine möglicherweise weibliche Energie oder eben für die, die gleichgeschlechtlich schauen, eine männliche Energie in ihrer Weiblichkeit, weil die Königin der Münzen ist halt nun mal ein Vollweib. Also es erwartet dich eine weibliche Energie, auf die du dich verlassen kannst. Und heute ist einfach ein guter Tag zu starten. Die Frau auf der anderen Seite, die ist in ihrer Kraft, die ist in ihrer Fülle. Die hat es ganz einfach geschafft. Und die ernährt sich selbst. Und weil sie sich selbst ernährt, kann sie auch andere nähren. Vielleicht zieht es dich hier zu einer solchen Frau hin. Man macht sich so auf den Weg. Also Mann macht sich auf den Weg. Das sind jetzt so Impulse. Und in dir drin liegt vielleicht auch dieses Drängen oder die Antwort, die du gesucht hast. Oder der Impuls macht dich auf den Weg. Macht dich auf die Socken. Jetzt schauen wir noch weiter. Ich hoffe, dass ich da jetzt für viele schon mal was reingeben konnte. Und jetzt schauen wir noch, was die Lennikarren sagen. Es ist mal wieder hier unter dem Tisch geht es in die Tiefe. Oh, wir haben aber gute Lennikarren. Es steht alles unter einem sehr guten Stern. Wo ist denn jetzt hier die... Unter dem Tisch gefallen ist der Sarg. Das ist schon mal gut. Der ist unter dem Tisch gefallen und dann ging es weiter mit dem Reiter. So, die anderen mische ich jetzt nochmal, weil ich die Reihenfolge nicht mehr auf dem Schirm habe. Der Sarg unter dem Tisch, der Transformationsprozess. Und dann geht es weiter mit dem Reiter. Das heißt, du verlässt aktiv ein Ende. Das Ende ist sowas von durch, dass es unter den Tisch gefallen ist. Beendet auch kann es ja gar nicht sein. Also sowas von beendet ist das Ende hier. Und es geht jetzt auf zu einem neuen Ufer und in ein neues Licht hinein. Guckt euch das an. Ist das nicht der Hammer? Unter den Tisch gefallen. Das absolute Oberende. Und es geht jetzt hier aktiv nach vorne in ein neues Licht hinein. Du kommst hier in eine völlig neue Kraft und Lebensenergie. Das ist dann auch so der Moment. Die Sechs der Schwerder, das ist so der Moment, wo das Ende verlassen wird. Ja, dann geht es vorwärts mit dem Reiter. Du kommst hier in eine völlig neue Lebensenergie. Es geht langsam los. Dann nimmst du Fahrt auf, weil du auf deiner Reise erkennst, wo du hin willst. Das gibt dir Kraft. Daraus schöpfst du Kraft. Kraft und Klarheit. So, ja, das ist wieder, hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allem und wird nicht vom Himmel fallen. Du kriegst hier auch Klarheit über deine Gefühle. Diese Reise klärt deine Gefühle. Also lass dich auf diese Reise ein und die Reise geht in deine Heilung mit dem Baum. Ja, also du verlässt hier das Ende ein absolutes Nirwana. Ja, also eine verbrannte Erde wird verlassen. Du machst dich auf. Nee, Moment. Du machst dich. Wo ist es denn jetzt? Du machst dich auf. Das ist jetzt die Zusammenfassung. Du machst dich auf, lässt dich von den Sechs der Schwerder und tragen und dann geht es auf einmal schnell. Dann kommt ein Anschub, weil du auf dieser Reise in dir drin die Antwort findest, wo du hin willst. Das gibt dir einen unglaublichen Energieschub. Es gibt dir Kraft. Bestärkt dich auch in deiner Entscheidung. Du findest zu neuer Klarheit. Du klärst deine Gefühle, dein ganzes Gefühlsleben und kannst so in die Heilung gehen. Noch schnell die Rune. Ja, es ist 14.38. Moment, erst reinigen. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. So. Die Rune, die dich bekleidet, auf dieser Reise ist die Ewas, das ist wieder das Pferd. Wir haben hier eine Menge Pferdeenergie. Wir haben den Wagen, der von zwei Zugtieren gezogen wird. Wir haben das Pferd selbst, was nach vorne brischt, prescht, brischt und wir haben die Rune Ewas, die für das Pferd steht und es ist die Rune der Begegnung. Das könnte wieder ein Hinweis sein, dass du hier in offene Arme läufst beziehungsweise fährst. Du fährst in offene Arme über den Ozean des Lebens und du klärst deine Gefühle und es kann auf der anderen Seite ein sehr, sehr wichtiger Mensch auf dich warten. In manchen Fällen kehrst du zu dir selbst zurück. Vielleicht die Frauen, die sich hier loslösen, kommen hier in ihre Selbstliebe zurück, in ihren Selbstwert und tatsächlich gegen Übers, die hier fahren oder eben die männliche Energie, die fahren hier in offene Arme, weil hier ist eine vertrauenswürdige Frau, auf die du dich ganz einfach uneingeschränkt verlassen kannst. Lied aus. Hier liegt eine Begegnung drin. In diesem Sinne, Schatzi, ich melde mich heute auf jeden Fall mit noch einer Legung. Ich gucke, was ich noch heute mache. Wünsche ich euch einen charmanten Tag. Freue mich über eure lieben Kommentare und wenn ihr mir ein Abo dalasst, dicken Kuss. Bye, bye, ciao, ciao. Euer JunandaTV.